Tobias sagte, ich werde den Tag nie vergessen. Und ich glaube, er hatte ziemlich recht. Als ich den Heli sah, war ich echt begeistert. Aber da war auch so ein mulmiges Gefühl. Ich bin ja noch nie Hubschrauber geflogen. Schon mal das Einsteigen war ein Erlebnis. Anschnallen, Kopfhörer aufsetzen, die ganze Technik um mich herum. Da spürte ich, jetzt geht's gleich los. Und der Start war echt atemberaubend. Leicht und erhaben geht es senkrecht hoch und wir schwebten frei über dem Boden. Das ist so toll und nervenkitzelnd. Einfach genial. Es war für mich eine Freude zu sehen, wie die Katja aus dem Häuschen war. Schau mal da, schau mal dort, guck mal hier. Klar, mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ich bin schon dreimal geflogen. Und wenn du mal abhebst, tust du es immer wieder. Die Landschaft von oben zu sehen ist einfach einmalig. Es ist so irgendwie, als ob ich wie ein Vogel fliegen kann, wohin ich gerade Lust habe. Total faszinierend. Wir haben so viel gesehen. Die Häuser, die herrlichen Landschaften. Alles ist so nah und gut zu erkennen. Ein absolut neues Erlebnis. Ha, herrlich. Wir werden das Vergnügen auf jeden Fall bald wiederholen. Und mein erster Heli-Flug wird mir sicher noch lange in Erinnerung bleiben.